Berlin ist unser beliebtestes Reiseziel, einfach weil es die deutsche Hauptstadt ist. Und in keiner anderen deutschen Stadt kann man so viel Geschichte, Politik und Wissenschaft erleben wie in Berlin. In den letzten Jahren ist es eine junge, hippe Szenenstadt geworden, die gerade bei Schülern und bei Lehrern sehr beliebt ist. Das verbunden mit dem schönen Programm und eben dem Vorteil, dass Berlin von allen Teilen in Deutschland aus sehr gut bereist werden kann. Das bietet eben den Reiz der Stadt und das macht es dann auch zu unserem Reiseziel Nummer 1.